Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video mit Hikaru. Gucken wir uns albanische Musik an. Nachdem wir Anisang geschaut haben, Dura Tadorra, Kida, gucken wir uns jetzt Genta Ismaidi an. Die haben wir schon mal abgecheckt auf dem Kanal, könnt ihr gerne gucken. Diesmal Featuring Ferro. Erst dachten wir, so ist es der aus Deutschland. Aber anscheinend ist es ein albanischer. Das Lied heißt Level Up, bin gespannt. Ich kenne jetzt drei Leute, die Ferro heißen, einmal Ferro 47, dann dieser Ferro und einmal in der Türkei heißt jemand Ferro. Der Name ist ganz schön beliebt. Dann fangen wir an. Okay, Gang Gang Films. Okay, anscheinend mal gucken, ob es wie Chamembo ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen cooler. Vielleicht. Mercedes darf ich spielen. Wow, okay, das ist der Beat des Hammer. Wow, ihr Felsmantel. Okay, nicht Fels. Hab ich jetzt gar nicht erwartet. Nö, gar nicht. Also ich würde mich interessieren, ob es sind mehr Lieder, die so in die Richtung gehen, weil bei den anderen Lied, was ich von ihr angehört hab, war es irgendwie ganz was anderes. Deswegen bin ich gefuckt. Das geht eher in Richtung Troops. Also Rap. Boah, Gang Gang. Holy shit. Oh yeah, cool. Ich finde das halt schon so richtig geil für mich. Sieht auch hübsch aus, ne? Level up, Level up, Level up, Level up. Ja. Die Outfits usw. sind da richtig geil. Ja. Aber pero siehtすごい w heiß, finde ich. Da ist ja, wo ich glaube Mitte 20 will ich einschätzen. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich hab das Chai gehört. Ja, Jo. Oh, hey, der Mathezer auch wirklich fresh. Ja. Ja, das ist das großartig. Level up. Level up. Level up. Ich finde auch geil, wie das Pfeuer da sieht. Ja, ja. Sieht echt cool aus, ja. Ja. Die Stimme. Ha. Tief und Kärl und Rang. Das war schon echt geil. So will ich gerne mehr hören. Nice. Schreibt hier nur eure Meinung zu dem Lied. Wie findet ihr das? Findet ihr in anderen Lieder besser als das? Oder falls ihr noch mehr Vorschläge habt, schreibt die auch gerne in den Kommentar. Wenn mich mich interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Guckt auch unsere anderen albanischen Reaction Videos an. Wir haben zu Daphina und zu Anissa Kida Reactions gemacht. Schaut vorbei. Danke schön fürs Zuschauen. Stay safe to help you. Bis zum nächsten Video. Cheerio Ladies and Gentlemen. Bis zum nächsten Mal.